hallo und herzlich willkommen zu einem neuen rezept video von tausend gute gründe in zusammenarbeit mit römertopf der ein oder andere von euch hat vielleicht einen römertopf zu hause stehen und weiß nicht genau was er damit machen soll ich zeige euch heute wie wir ein ratatouille im römertopf zu bereiten und dafür braucht ihr zucchini aubergine gehackte tomaten zwiebeln zwei paprikaschoten essig rosmarin olivenöl knoblauch honig salz und pfeffer das gemüse habe ich natürlich schon gewaschen und kümmere mich jetzt direkt um den römertopf das hier ist eine version mit einem glasierten innenteil da muss man nur den deckel wässern wässern bedeutet ich gebe wasser hinein und das sind zehn minuten stehen der ton sagt dann wasser auf und gibt das dann später beim backvorgang wieder ab dadurch wird das gemüse wie gedämpft pfanne habe ich hier schon bereitgestellt etwas olivenöl rein ich beginne auch direkt mit der aubergine das ist die die so am längsten braucht und schön weich sein muss damit sie lecker ist er kennt daran dass sie schön ist und reif wenn sie einfach eine glatte oberfläche hat wenn sie älter wird wird es etwas schrumpelig also ähnlich wie bei menschen die beginne ich jetzt in haselnuss große stücke zu schneiden die pfanne habe ich schon auf temperatur gebracht und gebe direkt die aubergine mit hinein als nächstes kümmere ich mich um die zucchini und bevor man die ins essen gibt sollte man die im rohen zustand probieren weil wenn die zu bitter ist da ist da ein stoff drin immer schauen wie schmeckt die zucchini ist sie zu bitter dann direkt auf den koppershaufen hier schneide ich die würfel auch hasellos groß ungefähr wie sie auch schon direkt die pfanne die aubergine zieht am anfang sehr viel öl aber lasst euch nicht abschrecken einfach ein bisschen schmoren lassen da gibt es auch wieder ab als nächstes kümmere ich mich um die paprika die paprika lasse ich ein bisschen größer geschnitten und gebe dir auch dazu und damit schön aussieht nehme ich noch die orangefarbene das passt glaubt ganz gut letztendlich ist die schnippelarbeit die größte arbeit weil der rest macht der römertopf und der backofen rosmarin ist einer der wenigen gewürze die man schon beim garen von anfang an mit dazu geben kann weil er einfach dickblättriger ist ich hacke den auch nur grob und den rest lege ich dann nachher so dazu so jetzt fehlt natürlich noch das tomatige und bei allen gerichten das kann man sich eigentlich so als faustregel merken oder sagen wir so bei mir kommt das immer da rein immer wenn ich mit tomaten arbeite da gehört auch gleichzeitig immer essig mit hinzu man könnte auch zitronensaft gehen also irgendeine säure und honig dann kommt der geschmack von der tomate richtig zur geltung und zu so einem mediterranen gericht da gehört natürlich auch knoblauch die drücke ich auch nur so an die gebe ich auch noch dazu so das gemüse ist nun angeschwitzt der backofen ist auch noch nicht angeschaltet weil es ist ganz wichtig dass der römertopf in kalten backofen kommt weil sonst platzt er bei allen gerichten die ihr mal in einem römertopf zubereiten wollt rechnet ihr ungefähr zehn minuten drauf weil es ja wie gesagt in kalten backofen kommt jetzt gebe ich das ratatouille dadurch dass er ja geschlossen ist sind die aromen alle im topf können nicht raus bleiben so erhalten ich habe immer das gefühl dass der rosmarin zum beispiel dann mal etwas intensiver ist schmeckt und jetzt heißt es 50 minuten entspannt zurücklegen der römertopf mit dem ratatouille war jetzt 40 minuten im backofen jetzt nehme ich den deckel ab und stelle ihn weitere zehn minuten hinein damit halt etwas flüssigkeit verfliegt und dass das ganze dann eine schöne konsistenz hat nach 50 minuten garzeit ist das ratatouille nun fertig und das gemüse schön weich ratatouille ist ein super low carb essen also man könnte das ganze noch mit fetakäse zum beispiel verfeilern oder man lässt es einfach so wer aber doch eine sättigungsbeilage haben möchte der kann sich zum beispiel couscous dazu machen ich richte ihn nun an habe auch zufälligerweise den couscous schon vorgebracht vorbereitet in frankreich wird auch gerne der couscous für salat verwendet dann ist das ganze tabou de ratatouille obendrauf und was ich immer sehr schön finde ist dann auch mal fürs auge schön ein klecks joghurtofen drauf etwas petersilie fertig ist nun mein geschmortes ratatouille aus dem römertopf wenn euch das rezept gefallen hat dann freue ich mich natürlich wahnsinnig wenn ihr das mal nach macht und gebt mir gerne in den kommentaren bescheid wie es euch geschmeckt hat tschüss ich habe immer angst vor dem herd fertig ist nun mein geschmortes das ist nun einmal ein schrasam